So, willkommen zurück bei Blockstory. Ich habe ein bisschen herumgeschraubt am Spiel, vielleicht läuft sie heute ein bisschen flüssiger. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß auf jeden Fall nicht, was wir eigentlich jetzt die ganze Zeit machen wollen. Eine Spitzhacke wäre da nicht schlecht. Wir haben es ja vielleicht sogar mal... Genau, da haben wir nämlich dann mehr. Können wir ein bisschen mehr damit anfangen. Im Hintergrund halten wir jetzt auch wieder eine neue Playlist. An der Motorway, ein bisschen ausgeschmückt, noch mehr Lieder von Dear Acer und so weiter und so fort. Der Baum da wird jetzt dran graben müssen. So, und wenn es heute wieder nicht funktioniert mit dem Dings, mit der Framerate, dann weiß ich leider nicht mehr weiter. Ich wäre traurig, wieder ein paar Projekte zu wie Thief einfach abzubrechen, weil einfach mein Computer wieder herum... Herum blödelt, würde ich fast sagen. Nein, er ist eigentlich wirklich... Ja, ich weiß nicht, was los ist. Aber irgendwas stimmt halt nicht. Ja, wie soll ich Sand? Ja. Klar, wie soll ich Sand? Klar. Ich wollte eigentlich auch... Fenster, mein gutes Wasser anbauen. So... Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 5... 1, 2, 3, 4, 5... Und jetzt, vorne im Hintergrund, United We Stand! Ich hoffe, dass es nicht so laut ist, weil ich würde jetzt ungern rausgehen und das abschalten. Weil, wie wir vielleicht sogar schon mitbekommen haben, ein paar andere... Läuft das leider doch nicht mehr so gut? Oh, Level 4. Schick! Okay, es ruckelt. Es ist doch kein Drama, wenn es ruckelt. Es hat sich auch wieder... Oh. Toll, pff. Verschwendung von Glas. Wie gesagt, das ist noch kein Drama. Wenn es ruckelt. Noch nicht. Läuft dann ziemlich gut hier. Hier müssen die Bretter aufhängen. Genau. Wie wird das so? Ja, genau. Die Flamme ist noch 51. Wow. Das könnte ja theoretisch sogar schon reichen, um unseren Zaun fertig zu bauen. Da kommt dann die Tür hinein. Wie auch immer die geht. Rezeptbücken. Oh. Gut, 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 gut. Ich hab's verstanden. Andere Gegenstände die Hand. Nicht die Fackeln. So. Rezeptbuch. Interaktive Blöcke. Müsste eigentlich die Tür drin sein. Leiter. Falltier. Zauntour. Zwei Holzblicke und dreimal so die... Äste. Die Zaun in meiner Truhe verstauen. Ach, herrje. So. Noch einmal auf ein neues. Perfekt. Gut, dann gehen wir jetzt einmal... Oh. Doch, vielleicht ein bisschen auf dem Rohstofferakt. Das kann ja nicht schaden. Jetzt ist es schon einmal düster, düster, düster. Ach Gott, das war... Ah, ja genau. Ich erinnere mich. Dann schauen wir lieber nochmal in die andere Hölle. Ob's dort besser ausschaut. Man muss jetzt schon sagen. Läuft jetzt erstaunlich lang, schon flüssig. Das ist gut. Ich hoffe nur, dass jetzt dann der Ton alles aufnimmt. Und dass die Musik im Hintergrund nicht so laut ist. Das ist ja ein Blödsinn wieder einmal. Das werden wir dann wieder einmal... Das werden wir dann wieder einmal... Die Kona aufsetzen. Und wieso haben wir hier... Die Kohle nicht mitgenommen. Ah, da! Natürlich! Am Quests... Wir brauchen zusammen Kohlenz. 20 und 10 Goldhz. Regen sind sicher bösen Brömer. Und kämpfen, muss mehr, also... Schauen wir mal an! Das ist aber noch besser Eisen! Da schlagen wir natürlich gleich zu. Das ganze läuft ja für Unity, also es wäre natürlich kein Wunder, wenn das jetzt hier deswegen auch so schlecht läuft. Der steckt, Gott sei Dank, der Belgikus. Der gute Wurm. Gleich haben wir ihn. Der läuft auch schon. Nummer 1. Ah, die sind Gott sei Dank nicht so gefährlich, wie ich gedacht habe. Aber man sieht schon, ich kann nur noch dreimal hinhauen. Und, die spawnen wieder. Au. Ähm, was machen wir da? Mit der Hand kann ich auch hinhauen, da ist es gut, weil er steckt, ja. Oh, nicht genau effizient. Na gut, dann gehen wir noch mal hier schnell raus. Nehmen wir ein bisschen an den Weg nach draußen. Oh, Steinwürde und natürlich versuche ich da jetzt noch laden zu kommen. Oh, ich habe mich nicht getäuscht, da habe ich mich nicht getäuscht. Ja, da muss noch irgendwo Kohle sein. Ich habe immer noch eigentlich gerade ziemlich Angst, dass die Musik im Hintergrund viel zu laut ist. Und wegen dieser Angst, soll ich jetzt kurz mich noch mal verabschieden? Das muss einfach sein. Sicher ist sicher. Also, bis gleich. So, hat alles anscheinend bestens funktioniert. Jetzt sollte es auch zu 99% leise genug sein, die Musik im Hintergrund. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nachschauen. Hm, wie mein... Genau. Aha. Ich könnte noch eine Pistole mal versuchen, aber das ist dann doch noch... Ach so, das war gar nicht cool, dass ich so schwarze Pulver verstehe. Also, das ist 2... Ja, mehr kann ich hier nicht machen, das ist 2... Ah, natürlich kann ich mehr machen. Sehr gut. Dann auf Wurmjagd. Wir haben natürlich keine Chance gegen uns. Wir sind machtlos. Stirb, 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 stirb. Weg ist der Spawner. Das heißt, auch keine neuen Gegner mehr. Au, hör auf. Das gibt's ja nicht. Unsere Krieg sind die ja, wie schon vorher gesagt. Nicht so intelligent. Bleiben hier ein bisschen hängen. Kann man jetzt machen, aber das kann ich verkraften. Dafür schaut die auch gut aus, finde ich. Nur so, ich weiß, sind die, glaube ich, Karte, das im Unity Asset Store zu holen, aber... Ja, darüber kann man auch hinweg schauen. Das ist verkraftbar. So, 25. Das wird noch eine heilige Arbeit werden. Von der ich der Meinung bin, dass wir es ja selber auch gut gebrauchen könnten. Oh, sieh an. Höhle gesäubert. Und das Wasser hier rinnt nicht. Zum Glück, weil sonst wäre die Höhle ganz schön. Unter Wasser. Das bedeutet aber, dass wir in andere Höhle müssen. Auf Monsterjagd und Kohle- und Goldjagd. Das ist wahrscheinlich noch mal nach. Wie man eigentlich hier Rüstung... Ach Gott, ja, richtig scharfe Bette und so und so und so. Eieiei, viel noch vor, viel noch vor. Ähm... Arme... Rüstungen. Ein Goblinhelm. Oder Kobalthein, aha. Pferdehaut. Koboldrüstung. Oder Koblenrüstung. Stock und... Au! Das ist ja verdammt viel Holz. Da ist ja das Pferd, glaube ich, sogar noch leichter hinzubekommen. Und bei, mit diesen Bäumen hier... Kann man sich drüber streiten, was leichter ist. Pferde. Irgendwo hier sind ja Schweine, genau. Vielleicht jetzt auch mal ein Lenz töten, um zu sehen, was es dir nicht so hergeben. Und auch nicht, weil die haben einfach... Boah, die haben vielleicht viel Leben. Das ist sinnlos. Und schon mal weiter. Dort oben war, glaube ich, ein Drache. Wenn ich mich jetzt nicht die Hände nehme, wie ich das letzte Mal da oben war. Sofort wieder weggelaufen. Oh, sie aneisen. Sehr schön. Und es regnet schon wieder. Kurzer Framer. Boah, ich hoffe, der geht gleich wieder weg. Ja, kann man auch annehmen. Ja, und ist schon wieder richtig. Anscheinend hatte man wirklich einfach nur... die Kaffeeinstellung auf Regular zurückstellen müssen. Das ist natürlich bitter. Wenn so toll ist es jetzt auch nicht, aber das ist natürlich dann... Kann man auf Unity schieben. Ich weiß es nicht. Ich arbeite jetzt ja selbst auch in der Freizeit ein bisschen mit Unity, aber so genau kenne ich mich da dann doch nicht aus. Und da haben wir jetzt ein gutes Kohlevorkommen gefunden, das uns beim Auftrag weit nach vorne bringt. Oh, meine Frau, das ist mal was Neues. Ach, Paula, du hast Wünsche. Und Turtle und Erz. Erz im Wasser. Interessant. So, dann müssen wir das Erz hier irgendwie versuchen mal abzubauen. Ist das jetzt eigentlich dann eine Luftblase hier? Oder nicht? Doch. Und das ist aber mal ein netter Klitsch. Der gefällt mir. Bauen wir uns hier noch tiefer und schon haben wir hier eine Luftblase unter Wasser. Nett. Natürlich nicht vorgesehen, aber man nimmt alles an. Bei solchen Spielen, man nimmt alles an. Es freut mich jetzt natürlich ziemlich, dass das jetzt Flüsse eh so ganz normal weit läuft, dass wir bei einem kurzen Frame einbrüchen. Puh. Glück gehabt kann man, nur so ein Glück gehabt. So, jetzt brauchen wir echt Golderz. Jetzt brauchen wir echt einmal Golderz. Hm. Wenn wir doch in diese andere Höhle schauen hier. Ja, die hier, genau die hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, Nase juckt, Nase juckt. So, geht wieder. Oh, was ist das hier? Oh, Spitzacke ist gleich hier kaputt. Müssen wir uns natürlich in eine neue bauen, weil anders hat das keinen Sinn. Sonst kommen wir hier vielleicht nie wieder raus und auch ehrlich gesagt nicht weiter mit dem Gold und so, wenn wir nichts haben, um uns abzubauen. Mit den lieben Wikinger, damit wir ihnen helfen, ihr Boot zu bauen. Was machen wir nicht alles so? Für die lieben Wikinger. Ach Gott. Achso. War ja noch nicht alles. Dunkel wird's auch, das kümmert uns nicht weiter. Und wir gehen jetzt in die Höhle. Und hoffen, dass wir da unten jetzt nicht gleich drauf gehen, oder so.